Musik Ich habe, jetzt zahle ich die Rechnung halbe Tentacoin und halbes in Euro. Musik Da ich sehr viel Interesse an Kryptowährung habe, habe ich mich natürlich direkt angeschlossen. Musik Ich finde das sehr, sehr gut, da es weltweit ist und da es auch Länder gibt, die nicht so viel Geld haben und trotzdem sich anschließen können und auch vernünftige Zähne haben können. Musik 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 Musik